Oh, Scheiße! So, Kohle einzahlen und die nötigen Scheiße, ich wohne überfahren. Schwer, oder? Nein! Nein, ich hab nie mal nicht drüber geschossen! Ich will eh nicht Fahrer von dem dummen Bus sein. Oh, krass. Hallo, Eric! Der ist mir grad voll ins Gesicht geflogen. Der vordere, linkere Reifen brennt. Linkere? Der vordere, linkere. Oh Gott, wie weit hinten will ich denn sitzen? Die coolen Kids sitzen weiter hinten, habe ich gehört. Ich sitz ganz vorne. Ich bin so nur mittel cool. Wieso kann ich mich nicht entscheiden, wo ich hinsitz? Oh, die Felge vorne geht ja gar nicht. Wann sind wir da? Sind wir schon da? Willst du Mac jetzt? Mein iPhone hat keinen Pfarrer. Mein iPhone hat sie weiter, tschüss. Die coole Aussie mit seiner Sonnenbrille. Wer? Der Polizist, der auf mich schießt. Das ist die richtige Einstellung. Guck mal, der der auf mich schießt sieht echt cool aus. Ruf Lester an. Ruf du Lester an. Ja, mach ich. Du hast ne Hand frei. Ne, nein. Ruf Lester an. Ruf Lester an. Ruf Lester an. Ruf Lester an. Du kommst mit. Jetzt guck mal meinen Monster-Stunt zu. Der sieht aus wie er sein muss. Aber nach oben gucken wir uns. Warte wo bist du? Oh, da bist du. Ah, da oben. Perfekt. War nicht Ammonster-Stand? War geil, Brake-Dancing-Car. Oh yeah! Aua! Oh wow, war das cool! Oh jahle! Aha! Wir müssen heute auf jeden Fall kommen! Oh shit! Ich bin alle meine, ich hab alle getrunken. Let's find the car, please. Wanna kick? Was hat ihm das bedeuten, Lenard? Den rausschmeißen. Das war nicht das... So, mein Freund, just get the car. Oh, wie gut! Hätt ich nie gedacht. What the? Ich hab mich so zehnmal gedreht. Was? Was? Hahahaha! 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 Ich fand das von Mare, aber nein. Ich hab auf die Stelle gezehnt. Hahahaha! 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 Eheh, erik, kollert! Kollert da in der Tuning-Werkstatt rum! Hahahaha! Hahahaha! Läuft! Hahahaha! Hahahaha! Eheh, cool! Hahahaha! Oh, wie chillig! Hahahaha! Hallo Mairo! Tschüss, Mairo. Aber dann Mairo sich gelegt für den Zahnhof. Hahahaha! 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 Bate! Nein, meines Sanchez ist nie krank. Oh, Mann! Fahr mit meines Sanchez, dein Leben lang. Mann! Ja, ja, reiß! Oh, shit! Tschüss, Erik! Mr. Wolf, Sir! Warum springst du überhaupt ab, du Schwachkopf? Ey! Einsteigen! Das sah genial aus! Bring mich mal zu unserer üblichen Kielstelle. Was zum Teufel! Perfix is going down! Oh, oh! Oh! Nichts passiert, alles gut! Ja, mach irgendwas, Erik! Okay. Ich hab schon gemacht, Mann. Was zum Teufel! Mach irgendwas! Okay, Kopfstein! Erik ist schon tot! Ja, das ist ganz so funktionierend. Ich hab' dich noch nicht beim Handy erwischt! Alter! Verpiss dich! Tipp! 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 Oh! Hallo, Erik! Was nicht. Ja, wenn ihr das macht, ähm, wenn ihr nicht wollt. Ach, mir egal, dann geh' ich halt. Hallo! Oh, du! Hahaha! Das ist mein... Plötzlich zwei dumme Mal später. Hahaha! 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 Oh Mann, ist das dumb! Tipp, 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 Tipp! Tipp, Tipp! Ey, jetzt läch' doch brutal aus, Junge! Tipp, 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 Tipp! Whoa! Jaaaaaah! Okay. Okay! Weil der Handbremse steckt fest. Guter Mann! Was? Was machst du? wir haben kommen warum bist du fluchte Büffel die das ist die Strecke egal ob es in der Leiterberg die Kassel hoch genug die Kier hat ich bin also voll auf der Gegend geknallt und haben wird ganz ganz ehrlich wenn du von vorne gegen den Bordstein knallt das war den Auto als Schanzen benutzen alles hat nicht funktioniert Oh, what are they doing? Boah, Steine! Let's go, Motherfucker! Rechts ist die Schanze, gib richtig Stoff hier. Du musst mit vorne springen oder mit hinten, suchst du aus. Oh, shit! Nein, 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 don't do it! Hey, gut, gerettet würde ich mal. Oh mein Gott, unsere Genicke sind gebrochen. Was für ein Ding? Ja, weniger Muskeln. Nein, keiner hat es gesehen. Nein, keiner hat es gesehen. Nein! Nur noch Erik fehlt. Erik hat wahrscheinlich schon längstens so ein Ding reingeschmissen. Ich habe eine neue Tätowierung bekommen, weil ich Headbanger auf Platin gekriegt habe. Richtig geil. Eine Minute noch. Erik, diese Lachs... Oh! Nein! Ich habe die Beine gesehen. Wow, Erik! Ich bin mit kleinen Spielchen. Wow! Shit, shit, shit! Mach keinen Scheiß, du Psycho! Ich bin der Jäger! Tschüss! Nein, du seht, du bist tot. Ich habe Maro gesehen, der war ja. Im Wasser. Da haben wir mir vorbeigelaufen. Ach so. Ich habe jemand... Erik! Erik! Ich habe jemanden rennen sehen. Jetzt ist also Rode 4 gekommen. Erik kippt ab. Ich habe ihn gelandet! Ich habe ihn gelandet! Ich habe ihn gelandet! Dankeschön! Jetzt habe ich ein gutes Gefühl! Ich habe ein gutes Gefühl! Erik hat ein gutes Gefühl! I got it! Nein, habe ich nicht! Warte! Noch ist es da! Das Kitten ab! Oh! Erik einfacher als Amsterdam mit seinem fucking Fungio! Oh! 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 Wie gut! Aber ich sehe doch gefährlich aus! Der Helm passt genau farbig zum Roller! Und dann dieser Zebrasattel! Oh! 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 Ich hab Kryfax einfach ausgenommen! Tschüss! Ha 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 ha! Ha ha ha! Hilfe! Ha 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 ha! Hey! No! Ich habe... Ich habe Erik runtergerammt. Bin dabei selber gestorben. Verprügge jetzt Erik. Oder... oder Avi. Schnapp sie dir. Die ist mir in den Kopf bevor die mich kriegen. Du bist in der Handzerstart, dass er mich im Einmacht lassen lässt. Oh! Ich hab Avi umgehauen! Hahahaha Abi ist weg ansし Comes in undінthus Hahahaha licc esto tremend SICO oh Carlo Hallo Abi, wie geht´ es? ha dschuldigung, dass ich dir in die Fresse geschlagen hab Ist der Ali kriminell? Na mal schnell Oh war das gut Jetzt geht das wieder los. Das lassen wir reden. Ich hab das bloß noch mal synchronisiert zu den Katzen. Seht ihr das? Ah, ich bin nicht rein. Mist, ich bin auch nicht geschaut. Ich hab das alles auf meinen Laptop gezogen. Wollt ihr mal gucken? Okay, passt auf, passt auf. Da, YouTube. Das ist alles mit einem kleinen Pond. Ich liebe Pondys. Du magst Pondys, ja. Ich hab die meisten gelesen. Oh, du magst. Du träumst über eine Pondys. Ich hab diese neuen Sachen gefunden. So toll. Zeig das mal an meinem Laptop. Dann kannst du es dir besser vorstellen. Es ist so schön mit Sternchen drauf. Ich meine, Metal. Das ist ein Metal-Sach. Ihr lest auch. Ich weiß es nicht. Okay, passt auf. Na gut. Na gut. Das ist ja ein Thema. Okay, passt auf, passt auf. Dieses eine Video, was ich letztes gefunden habe. So ein kleiner Waschbän in einer Waschbänzüttel. Es ist so geil. Ich weiß es nicht. 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 Oh, du hast einen Virus. Ah, ist anders. Verpasst euch wahrscheinlich im Nächsten. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann, 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 Mann. Ich weiß es nicht. Oh nein.